Hallo, mein Name ist Steffen Köster, ich bin 32 Jahre alt und arbeite bei der Hiesing EWE im Telekommunikationsbereich. Heute stehe ich hier als Junioren-Sprecher des Marketingclubs Wese-Ems und wenn Sie, du oder ihr Interesse an einem Marketingnetzwerk habt oder einfach einen Austausch ruft in dieser Region, dann könnt ihr uns einfach kontaktieren unter www.marketingclubwese-ems.de oder mich direkt, das ist steffen.köster.ew.de